Herzlich Willkommen zurück, Leute, zu einer Runde Deformers mit Shigo, Kundran und Liquid. Hallo! Wauwauwauw, servus! Diesmal spielen wir online, da hat schon einer einen schleimigen Blob. Uuuuh! Uuuuh, da hat er so einen hässlichen ausgesucht. Oh, die Map wird dadurch größer, weil mehr Leute mitspielen. Irgendwie anders? Ne, ist ne andere Zirkus-Map. Ah nein, das sind gar keine Gegner. Weg mit dir. Warum eigentlich? Warum auch nicht eigentlich? Das ist meiner. Jawoll. Nein, was? Hier. Der bunte, da ist er down. Da will mich einer stompen. Gute ich auch hier nicht. Der Lickner wird abgeschlagen. Also. Und ich muss gleich down. Oder du. Wie heilt man sich jetzt eigentlich? Gehst du nur durch die Sachen durch? Scheiss. Na komm Run. Hä? Du hast mich gar nicht gemacht. Ja, Meteor Attack. Ach so, ich dachte ich gut von hinten gemacht. Nee, nee, nee. Ich hab dir nach einem Meteor um die Ohren geschossen. Oh shit. Wieder rein. Nope, nope. Einer ist absichtlich runter geschwommen. Schigo. Oh Mann. Boah, da kommt wieder der. Ja. Ich hab mich doch geheilt. Ja, wie geheilt? Ich hab dich gestompt. Oh shit. Oh shit. Kannst ruhig mal runter fallen, Nico. Nee. Das ist meine Runde. Das ist absolut nicht meine Runde. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja, ich bin schon wieder zermatscht. Ich glaub noch kein Kill und bin 1000er gestorben. Ich glaub ich hab schon ne ganze Menge Kills. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja. Ich bin nicht einmal gestorben, glaub ich. 9-0. Nice. Das ist krass. Selbst hier hat er die Hex an. Unglaublich. Na ist kein Problem. Das war witzig. Typ mit dem Schleim. Ich glaub das ist gar kein Standardding. Der muss schon mehr Level-Ups gehabt haben. Ich glaub das ist ein 15er. Der ist Level 5. Nein Level 15 von denen. Du musst drei Level haben. Ich glaub du kriegst immer 5. Und der muss 15 rausgeben dafür. Wer ist? Level 5 ja. Nein! Boah! Wie kam denn hier zu spät einer runter? Ah das war nicht. Das waren's. Warum überlebst du das eigentlich? Weil der muss nicht ganz getroffen hat. Oh! Vielleicht farmt dich irgendjemand anderes ab. Abfarm? Ich geb dir gleich abfarm. Das ist doch wahr. Shigo! Gebt dich. Wär auch nicht kaputt. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich hab eigentlich einen der mehr RAM Schaden macht. Oh jawoll. Ich brauch aber irgendwie dreimal RAM. Du musst auch voll aufladen. Ja ist es. Ja vielleicht hat er den Guardian den du angreifst. Ja aber ich hab ja extra mehr RAM Schaden. Eigentlich müsste ich doch. Also ich hab extra weniger Leben. Nein du bist ein Sau. Da kommt direkt der Lado. Weg Shigo. Oh oh. Warte meine Low. Das war Linkwit glaub ich. Ne. Jetzt bin ich tot. Der hat mich mit einem Schlag gekillt ne. Mit Item. Also das mach ich auch. Einschießen dann Power benutzen. benutzen. Ich habe irgendeinen Vollabberschlag. Ich bin zum ersten Mal gestorben, Rick. Ja, ich habe dich mit irgendwem in die Zange genommen. Leider habe ich zuerst getroffen. Ich wurde getroffen. Alter. Wurdest du auch. Ja, ich weiß. Ich habe das gemerkt. Hallo. Und hier drüber. Danke. Ich habe es riskiert. Ich wollte ihn außerhalb des Feldes angreifen. Liquid. Nee, nee, nee. Aber das war trotzdem eine Kack-Runde wieder, ey. Wieder 3-3, ey. Scheiße. Immerhin sind die schlechter als ich. Booyaka. Das gibt mir ein cooles Gefühl. Auch irgendwas, was vernünftig Schaden macht. Nutzt ihr noch den Stryker? Ich nutze den Stryker. Der ist auch. Ich auch. Der ist ganz witzig, ja. Runde 3. Das wird jetzt schwer, jetzt Dado noch einzuholen. Doch, ich habe ja in unserem letzten Panel, in der letzten Runde, wo ich so viele Punkte hatte, da habe ich die, glaube ich, alle in einem Match, also in der letzten, geholt. Das ist schon möglich. Wieder nicht den Stopp geschaut. So. Ja. Nein. Geh mit Zeugs, geh mit Zeugs. Wann habe ich eigentlich die Leben verloren? Ich habe irgendwas auf den Boden gelegt, was du nicht einsammeln darfst. Oh, ich habe diese Items getroffen. Shigo hat was eingesammelt. Was ist das? Global Global. Allein hier. Niemand rein da. Niemand rein da. Oh. Alle rein hier. Was kommt da für ein Magma-Bombe? Ich wurde von dieser Magma-Bombe überrollen. Oh fuck. Oh fuck. Die läuft ja immer noch an. Ich glaube, die läuft da prinzipiell alle an. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hat anscheinend auch Chigo angegriffen. Ja ja. fuck. Oh ja. ICH. Oh. 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 Oh null. Kundran. Oh shit. Schöne Effekte. Nein! Immer klaut mir irgendein das Item, ey! Oh nein! Das wär so nie. Schwarz ist Loch. Ja, du wärst fast in meine Aura rein. Nein! Oh, fuck! Oh! Liquid Ausgewicht, ey! Nein! Ja, ja, aber ich bin noch drin geblieben. Komm, Kudra brauch ich doch. Kudra! Ich hab keinen Kill in die Runde gemacht. Ich hab schon ein paar gemacht. Wir haben noch zwei vorgearbeitet. Na, nice finder, nice. Ha, ich stomp immer in vier, Dalu stomp nur einen. Ich bin der größere Stomper. Aber wir sind noch mal ein bisschen reingekommen. Das war sehr witzig. Wir sind ordentlich reingekommen. Oh, endlich Punkte, endlich Punkte! Level ab! Endlich Zeugs kaufen, wow! Aber sehr cool. Ja, das ist auch online, wenn da so viele noch dabei sind. Das ist schon nice. 13,5 hatte ich. Das stimmt. 2.000 Schaden hab ich gemacht. Ähm, 1.644. Ähm, fast 1.000. Was? Wie viel Schaden hast du gemacht? 2.000. 1.644. Ich hatte mehr Schaden als du. Und ich bin in der letzten Runde nicht einmal gestorben, hab wieder drei Kills gemacht. So, komm, einen machen wir noch. Jawoll! Ready? Oh nice, voll Lobby. Im nächsten Part können wir dann was kaufen. Woo! Oh yeah! Ich freu mich! Das holen ist leider teuer. Ja, von den Fünfern können wir einen holen. Ja. Ja. Desert Map. Ich hatte grad viermal Gold. Uh! Gold war das alles bei mir angezeigt, glaub ich. Nein, das glaub ich dir nicht, Kunrad. Okay. Der Striker muss wieder zuschlagen. Ja. Der ist halt einfach zu stark, da ist gar kein Balancing drin. Ich find den Guardian sehr stark, wenn du halt das drauf hast. Wenn du schön die Maus in, äh, wenn du den gleichmäßig drehst, dann kriegst du so ne Gurke hin. Mein Blobs sieht grad aus wie ne Gurke. Oh man. Da ist er wieder, der Ozzy. Der nächste Pan. Okay. Er hat nochmal aufgedreht am Ende. Wow. Die Leute jumpen immer direkt zu den I-Gems. Okay. Let's go. Master Blaster! Kein Problem. Einen hab ich aber gekillt. Muss ja nirgendwo gewesen. Ne. Achso, ja, das kann sein. Doch. Und jetzt put die auch. Er hat mich komplett rausgeschossen. Was? Du? Nom 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 nom. Ah! Ah, war knapp. Ah! Liquid. Ich seh dich nicht! Ah! Oh, der war nice! Da ist er! Ja, ja, ja. Was meinst du direkt? Noch anderen ausgewichen, äh. Ich seh dich! Ah! Shit! Der liegt um mich nicht. Oh! 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 Oh oh! Oh oh! Das hilft dir nicht gerade um Leute zu treffen! Ah! Oh! Oh! Wuhi! Oh kack, jaaaa! Ja! Ah, der war nice. Vielleicht musste man außen wieder rein und konnte nicht wieder streben. Oh, oh, Leute, das ist gut! Sammelt euch! Für die Magie! Nein! Nein! Oh, das ist alles! Okay, den hab ich. Was? War One-Hit, ne? Ja, mit Item. Ich hab mich angedasht und dann Blaster benutzt. Kuni! Ja! Na, wir in der Luft holen er ihn sich doch! Jawoll! Lächerlich! Okay, okay, okay. Aber war okay. Lächerlich! Bleiben wir richtig knapp an Leuten vorbeigedasht, ja? Ich musste Kuni da noch außerhalb des Feldes in der Luft angreifen. Boah! Ich bleibe, als ich zweimal erwischt, als ich aus dem Feld wieder rein springen musste, und noch nichts machen konnte. Ich war gar nicht. Breakdance, blubbi! Uhuhuhu! Und zack kommen die Augen wieder da rumgekullert, ja. Die Augen bei diesem komischen Schnür sind irgendwie geil. Mhm. Ich bin unsichtbar, das ist auch nicht schlecht. Das hab ich auch schon häufiger. Das ist meiner! Oh, alle gehen auf gut ran. Liquid hatte mich schon schön vorbereitet. Ich wollte grad sagen, ich hatte mich ja auch schon vorbereitet. Ist ja egal, das Vorbereiten macht ja nix. Hört auf damit! Wie viel ich hier blocke? Leichtes Opfer! Wie konnte Liquid mir jetzt Schaden machen, obwohl ich ihn gerammt habe? Hast du nicht, ich hab nicht gerammt. Bei mir hab ich nicht gerammt. Und dann fliege ich auf einmal zurück. Dalu gekillt. Oh, Schigo, der war nice. Der war auch nice. Hast du schon gut gemacht, muss man ja mal sagen. Oh, da hättest du fast den Kundran gestompt. Achso, du meinst von oben. Nein, 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 nein. Komm zurück und dran. Jetzt. Hat der mich verfolgt ey. Den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich ab. Oh, was? Oh, what? What? Tio übertreibt gerade. Geht's ab? Oh, Meteor! Ja! Oh, Scheiße! Ah! Na! Liquid's low! Na, daneben! Ha! Yes! Nein! Oh, du warst genauso low! Oh, noch eins! Du warst genauso low, Alter, Scheiße! Oh, ich hab dich gut geschlagen. Ich komm noch von der Freude. Ich hab auch, ich hab ganz gut aufgeregt. Ja, das war knapp, wir haben uns beide getroffen und dann kriegst du den Graz. Jetzt bin ich Pumps, ich bin Pumps! Guck mal, ey, nur noch vierter jetzt. Oh, wow, 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 wow. Ja, was ausprobiert, die sind alle gleich stark, du musst immer dreimal treffen. Ach, lol. Mit dem Rechtsklick meinst du die Gurke, ne? Natürlich, immer zweimal voll aufgeladen, tötet immer. Mit dem Rechtsklick die Gurke ist halt schon nice. Oh, nein, 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 nein. Oh, shit, 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 mein Ton ist schon wieder weg. Das kann nicht sein, nein, 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 nein. Doch, jetzt ist er da, wieder weg. Hallo? Wir hören dich noch, hallo. Okay, gut. Vielleicht, vielleicht ist doch, ey, okay. Wahrscheinlich ist dieser Vollbild, semi-nicht-Vollbild, eh, komm ich wahrscheinlich mit der Maus irgendwo dran. Es ist nicht gut. Kundi, hab was für dich. Oh, shit. Wo hast du ein Item her? Direkt auf dem Ding gelandet am Spawn. Und da lag doch keiner am Anfang. Ja doch, die liegt immer auf denselben beiden Bergen, jede Runde. Okay. Ich hab's direkt eingesch... Aua, ich wurde gestompt. Uiuiuiui. Double kill mit dem Meteor. Hast du gedacht, ich guck nicht nach hinten oder was? Vor allem hab ich wieder zuerst losgelassen, das ist das interessantere. Oh, da hat er den Power-Up. Liquid! Was los da? Oh, da hat der Kun dran. Snackt der mich ab, ey. Jetzt hatte ich ne Meteor und hab keinen damit gekillt, das ist mal kacke. Kuni! Ja, was los? Ich bin noch da. Ich auch. Lass dich nicht entkommen. Hehehe. Guck mal, hab ich erschossen. Hast du noch erwischt? Ach, scheiße. Ich wollte euch beide haben. Batsch! Shit! Rein da! Oh nein! Nein! Die Bier! Yes! Oh yeah! Oh no! Ja, ja, ja. Oh yeah! Oh, let's go! Ich will lieber das haben! Ist mir egal! Und was ist das? Und was ist es nicht precumlos? Es ist eigentlich meterarius? Und ich bin doch nicht gesprungen der! Du wirst jetzt halt viele Jahre alt! Ja, 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 ja. Ich hab aber richtig noch mal Gas gegeben diese Runde, ich hab richtig Gas gegeben. Du warst die ganze Zeit vor mir, ich hätte dich was noch geholt. Ja ja, aber ich bin noch vor Kunran, das sollte ich ja mit dir gesagt haben. Level up. Wo ich nichts getroffen habe diese Runde. Das war aber na... ich bin gespannt, ich hab nämlich noch mal richtig aufgedreht die letzte Runde. Zwei Double-Kills. Einmal sogar mit dem Charge. Ich hab dreimal Gold. Ich hab viermal Gold. Ich hab einmal Gold. Dann hast du aber auch Tode oder nicht? Ne. Ich hab bei... wie viel Kills hast du? Kills hab ich 18. Ich hab 17. Da hab ich aber auch mit Gold in den Rahmen bekommen. Ja, dann ist das dann mit nichts zu tun. Leute, wir gehen jetzt erstmal einkaufen und machen danach noch eine Runde, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like, da schaut bei allen vorbei und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pummi. Tschüss. Pummi. 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 Pummi.